Hi, da bin ich wieder, der Agent 47 Fleischmütze. Ich habe heute im letzten Video zwei Mal erfahren müssen, wie es ist, drauf zu gehen. Ja, ich muss erst wieder da rein kommen, wenn man die letzten zwei Jahre nur mit dem Trecker unterwegs war, virtuell, da muss man erst wieder hier die Fingerfertigkeit drauf kriegen. Das probieren wir jetzt mit einmal und ich hoffe, dass ich in dieser Folge diese Mission beenden kann. Ich werde aber laden, also wir haben da irgendwo aufgehört, beziehungsweise sind hier getötet worden und hier wollte ich tatsächlich den Typen, der auf dem Balkon rauskommt, abballern. Ich habe nicht daran gedacht, bzw. habe nicht gemerkt, dass er dann Leute kriegt, die ihm folgen. Ja. Hier kommt der Gekroche, der Bucklige da hinten. Der wird jetzt gleich hier aus der Tür rauskommen und dann folgen ihm noch ein paar andere. Oh, ey, ich dachte schon, oh, die Karawane zieht weiter, das tut er noch durch. Ja, den wollte ich wegschießen und bis ich den abgetroffen hat, sind die vier Typen hier, die doltend, die hier die Treppe hochkommen. Kritzwurst, ey, hier muss ich rennen. Kann die hier rein gucken. Anybody copy? No sign of any pub. 1, 2, 3, 4. Verstickeln. Verstickeln. Wir sind eh nervös, ne? Ja, klar. Hier, der Lagerfeld für Armes hat ja den vergiftet. vergiftete Wodka-Saufe der Gier schlugt hätte er wasser getrunken, das ist nicht passiert da steht einer LÜB such doch unten in der Garage, da ist bestimmt was und lasst mich in Ruhe die Alma Reinhardt da hinten bückt sie sich ich hab keine Ahnung, es kann ja nicht sein dass sie sich jetzt so lange bückt, bis sie abschießen oder die geben die durchsuchen alles und stellen fest da ist keiner der hat einfach einen Mare Krampf gehabt ähm Leppe geht weiter ach ja und sonst so bequem bei euch zuhause ich sitze ja momentan bei der Alma in der Schmutzwäsch Kiste du stinkst wie ein Pumakäfisch sagst euch da unten die 2 sind Standarde, die stehen da immer die sind so weit es aussieht draußen auf dem Balkon hier in der Nähe ist auch keiner mehr sollen wir mal, ich probier mal raus zu gehen die können tatsächlich hier reinschauen die können tatsächlich hier reinschauen No sign of the target on the Terrace das hättest du ja gleich auch kennen du Kasper wo steht der, der steht draußen also betreten ist das ein Schrank ne was ist das kann ich hier raus wenn ich es ausprobier geht es bestimmt schief oh Mann erschreck mich doch nicht so so hier ist relativ ruhig die sind alle irgendwo unterwegs aber ich komm einfach nicht zu der Frau vielleicht hab ich ne Chance so ne Wache leise zu killen und die Klamotten zu wechseln und die Klamotten zu wechseln dort wär gut da ist nichts in so rum der ist ja alleine dann läuft das hier her dann läuft das hier her gefolgt keine oh, halt, halt, halt scheiße wie machst du ein A A A A A A Die A A A A A Ja gut dass man immer so viel Zeit hat für die waffe auszuheben Wenn ich jetzt gut bin und Glück habe, kann ich die Jungs verstecken, bevor jemand anderes kommt. Kann auch böse schief gehen. Ich hätte mich vielleicht erst umziehen sollen. Okay, da hinten war ja noch einer. So, den legen wir ab. Verkleiden war wie Tee. So, dann ziehen wir ihn wieder und dann muss er irgendwo in den Schrank. Diesen Schrank. Kann er rein. So, die suchen wir zwar immer noch, aber vielleicht bin ich nicht ganz so auffällig. So, wo ist Elsien? Natürlich am Strand, ich kenne ins Essebreche. So, dann gucken wir mal ob wir hinkommen. Die suchen immer noch, aber ich dürfte eigentlich nicht verdächtig. Dort bin ich nicht verdächtig. Zack. Bleib draußen, bleib bitte draußen. Hab keinen Bockes Stress. Seht er mich nicht? Hat er mich jetzt nicht gesehen? Wieso hat außen auf der Terrasse, der mich als feindlich angestuft? Da steht einer drin und schläft. So, ich probiere jetzt mal, relativ unauffällig hier rauszukommen. Okay, das passt hier mir gar nicht. Also, muss ich irgendwie durch Hauptgebäude raus? Oh Mann. Okay, continuing search. Also, die Verkleidung bringt nichts mehr, weil sich vorher... Wir sind alle sehr wachsam. Oh Mann. Ich hätte mir das leichter vorgestellt, tatsächlich. Das war das Quietchen-Entchen. Boah. Wo war der denn? Search formations, spread out. Okay. Boot up. Keep those eyes peeled. So, jetzt muss ich irgendwie probieren, durch die Vegetation zu der Dame zu gelangen. Könnte, müsste, dürfte möglich sein. Verborgen. Suche. Jawohl. Ich gehe mal ein bisschen vom Haus weg. Wenn die anderen da rausgeschissen kommen, dann sehen sie mich sofort. Ich bin ja schon aufgebaut, da... Die sind ganz schön gewarnt, die Berscherne. Die sind ganz schön gewarnt, die Berscherne. Die sind ganz schön gewarnt. Die Berscherne. Die sind ganz schön gewarnt, die Berscherne. Die sind ganz schön gewarnt. Die Berscherne. Die Berscherne. Die Berscherne. Dieimated sind ganz schlafen, aber ir seht mich nicht. Ohhhh Area clear Area clear, das ist wie gesagt Wer kommt hier her Das tritt mehr gar nicht Es ist wie Absicht, dass die wieder alle herkommen Da war da eben kein Schwein Ja Ich bin verpiss, sie ist in der Kloch, du Idiot Verpiss dich Hallo? Bis sonst nichts zu tun Es sind zu viele Ja, klar Verpiss dich ins Haus, Junge Die Spannung steigt Komm Rühren und weitermachen Das finde ich super gut von dir Ich muss jetzt da rein Bitte nicht merken, danke Oh Gott So, wo ist die? Die bückt sich da Kackt die ans Auto Oder was? Hinterm Auto Hinter dem Fahrzeug Fahrzeug Also es wäre ganz cool, wenn ich hier noch in das Gras rein käme Ja Verstehen zwei Die müsste schon Von der Rückseite vielleicht wegschießen Die Elfriede Ne, Alma heißt sie In welche Richtung schauen die? Die schauen von mir weg, ne? Und die maximale kann ich die nicht sehen Soll ich wie ich jetzt... ich muss die jetzt abballern, Leute Wieso haben sie das gesehen? Oh Gott Ja, super Ich könnte gerade kotzen Was soll denn der Mist? Ich war doch im Verborgenen Das war der letzte Punkt Die Alma Weil das schon mit dem Gesicht Müssen wir sie wegmachen, ne? Aber ich habe noch eine zweite Idee Da ist nämlich ein Sprit Ein Benzinkanister Moment, erstmal Wo ist die Münze? Vielleicht kann ich die Jungs etwas ablenken Äh So, nächster Versuch Wenn es schief geht So, haben wir sie isoliert Aaaaaah Wann geht denn her? Da kommen noch mehr Läuft alle vorbei, Jungs Läuft alle an mir vorbei Kein Problem Kein Problem Seht euch das Feuer an, das ist extrem interessant Und außerdem bei dem Winter auch etwas wärmend So, Alma Du bist alleine Das freut mich Da läuft noch einer Ich hoffe, er sieht mich nicht Beziehungsweise interessiert Nicht, dass ich hier laufe Und wir hätten es doch tatsächlich geschafft Moment, es ist doch spannend Die Mission zu beenden Schon in der zweiten Folge Cool So, was muss ich jetzt drücken? Geh Machs gut Machs gut Yeah, Baby Was kann du denn, der sagt, ne? Der fehlt über das Meer Der fehlt über das Meer Ich fahr Keine Ahnung Ich fahr mal Was es gibt Ich hoffe, euch hat es gefallen Gebt mir uns bei Auf meinem Kanal Wenn es so war, lasst einen Daumen da Lasst gleich ein Abo da Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Machs gut Danke fürs Zusehen Ciao